Ja Leute, hier ist wieder euer Eierkopf und heute gibt es ein richtig krasses Video, Freunde, denn ich bin tatsächlich gerade vor einem Süßigkeitenladen. Ihr fragt euch wahrscheinlich, ey Kevin, warum bist du vor einem anderen Süßigkeitenladen? Warum bist du nicht bei Alper? Freunde, ihr habt alle das Video von gestern gesehen. Alper hat wirklich komplett übertrieben und heute gibt es den Rache-Prank, denn ich werde jetzt gleich in den Süßigkeitenladen reingehen, Alper davon ein Video schicken und einfach mal so tun, als ob das hier mein neuer Stamm Süßigkeitenladen ist und einfach mal gucken, wie Alper reagieren wird. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Freunde, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Ich bin mal sehr gespannt, wie Alper reagieren wird. Ich schicke ihm dann auch gleich davon natürlich ein Video, dass ich hier drin bin. Freunde, ich bin wirklich gespannt. Ich war tatsächlich noch nie hier, das ist World of Candy in Hamburg. Übrigens wundert euch nicht, ich werde Alper auch gar nicht sagen, dass ich hier irgendwie in Hamburg bin, sondern ich werde so tun, als ob ich ganz in der Nähe bin und der Süßigkeitenladen natürlich sogar auch noch viel dichter dran ist an mir. Aber wir gucken uns hier einmal ganz kurz um. Ihr seht da vorne, sind tatsächlich schon mal Takis, aber wir brauchen irgendwas, was Alper richtig umhaut, wo er dann sagt, Alter, das könnte wirklich kritisch werden, wenn Kevin nachher die Sachen hier in diesem Süßigkeitenladen viel besser findet. Wie gesagt, Freunde, nicht wundern, ich werde natürlich in echt nicht wirklich meinen Süßigkeitenladen wechseln. Ihr wisst es, Candy Palace ist in meinem Herzen, aber ich will heute, dass Alper richtig ausrastet. Das ist mein Plan und ich habe, glaube ich, schon was echt Cooles gefunden. Schaut mal hier, was ist das denn? Sind das hier so Fake-Takis oder sowas? Also so eine riesige Auswahl ist tatsächlich jetzt hier gerade nicht. Wir haben hier Takis Zombie, ihr seht das. Wir haben Takis Blue Heat. Wir haben Takis Nitro. Die Sachen hat Alper alle. Aber, oh, guck mal hier. Das ist, glaube ich, ganz krass. Irgendwie Takis Fue. Ah, ich glaube, die kenne ich sogar. Die habe ich auch damals sogar getestet. Das ist so ein Lolli, den man so in dieses Takis Fuego-Pulver reinstecken kann. Ich glaube, das ist die erste Sache, die wir schon mal mitnehmen. Und ich glaube, als zweites nehmen wir diese nachgemachten Takis hier mit. Was haltet ihr hier von? Irgendwie so Spicy Roll Tortilla-Dinger? Oh, das ist schlau. Ey, Freunde, ich habe das Alper auch schon gesagt, er muss viel mehr KitKat-Sachen in seinen Laden reinbringen. Deswegen tun wir die Sachen hier schon mal einmal rein oder den ersten KitKat. Und ich werde dann gleich Alper davon ein Video schicken und ihm sagen, Alper, guck mal hier, mein neuer Stammsüßigkeiten-Laden, weil hier gibt es die neuen Takis. Ich nehme mal einmal alle Sorten hier mit. Dieses hier, dann einmal dieses Fire Red Hot und Spicy Ranch. Und eine Sache, die Alper auch nicht hat, und zwar er hat nicht Energy Prime. Das habe ich ihm schon voll oft gesagt. Er hat es ja bisher immer noch nicht in seinen Laden reingebracht. Meinst du, ich soll das Energy Prime mitnehmen? Ja. Ja? Ich glaube, das ist doch schon mal eine gute Ausbeute, oder was meinst du? Oh ja, ich glaube, damit können wir einfach vielfass schon mal auch nicht einfach. Das Einzige, das Einzige, was ich vorne noch gesehen habe, die haben sogar auch noch irgendwie so Sachen, die man theoretisch direkt vorne mitnehmen kann. So Süßigkeiten, weißt du, so zum Abfüllen. Und zwar, Freunde, schaut euch das mal hier an. Das hatte Alper sowieso schon geplant. Ich glaube, davon nehmen wir nichts mit, aber ich mache ihm davon einmal ganz kurz eine Aufnahme. So, Alper, schau mal hier. Wolltest du sowas nicht auch in deinem Laden machen? Jetzt muss ich das natürlich hier immer einkaufen. Und guck mal, Alper, sowas hast du auch nicht. Das ist einfach hier so Frozen Slush mit Cola-Geschmack, irgendwie so ein Blau und dann auch noch mit Kirsche und Cola. Und schau mal da vorne, das ist auch noch voll krass. Da kann man sich direkt so seine Frühstückssnacks holen. Ich will dir keine Angst machen, Alper, aber das ist schon sehr cool, sag ich dir ehrlich. So, Freunde, der gute Sherwin, das ist der Sohn von Inhaber hier, der hat mich angesprochen. Und jetzt dürfen wir uns sogar auch noch das Lager angucken. Also, das wird richtig cool. Ich würde sagen, du gehst einfach mal vor und zeigst mir, was ihr hier hinten so alles habt, okay? Ja. Geh, Freunde, wir dürfen jetzt direkt... Also, hier ist das Vorlager. Ja, wir dürfen direkt hier einmal ins Lager reingehen. Boah, Alter, wie viele Sachen habt ihr hier? Was ist so deine Lieblingssache hier von euren Süßigkeiten? Also, die Kinder-Creamies. Okay, und wo sind die Kinder-Creamies? Sind die weiter unten? Ja. Okay, da müssen wir sonst auch gleich nochmal hingehen. Und von den Getränken, die hier sind, hast du da irgendwie so ein Lieblingsgetränk, was du gerne... Die Pikachus habe ich schon probiert. Pikachu, das hier? Ja. Das findest du lecker? Ja. Okay, sollen wir dann nochmal irgendwie nach unten gehen? Was habt ihr unten noch? Willst du mir das auch nochmal zeigen? Ja. Ja? Okay. Okay, Freunde, jetzt sind wir zusammen mit Sherwin einmal unten im richtig fetten Lager. Alter, und ihr habt hier wirklich richtig viele Sachen freuen. Das ist wirklich extrem groß. Hier habt ihr einmal die Warheads. Dann hier auf der anderen Seite so die ganzen Frühstückssachen, sag ich jetzt einfach mal, ne? Ja. Und dann würde ich jetzt mal sagen, du zählst jetzt einmal, wie viele Kinder-Creamie-Packungen oder Pakete ihr hier habt. Kriegen wir das hin? Ja. Oh, das heißt, ihr habt 20 Kinder-Creamie-Packete. Okay, das ist krass. Und natürlich, Freunde, die ganzen Getränke hier hinten auch noch. Also, ich sag dir ehrlich, Sherwin, ihr habt ein richtig krasses Lager. Okay. Also, ich danke dir für die Tour. Bitte. Okay, Freunde, schaut mal, ich hab hier sogar so eine richtig geile Tüte bekommen von World of Candy. Das Ding ist halt nur, ihr wisst ja, ich hab wirklich so viele Süßigkeiten zu Hause. Ich hoffe mal, dass ich vielleicht irgendwie einen Zuschauer oder sowas... Willst du nicht Clash-Gang? Ja, wer bist du denn? Ey, ich bin Gustav. Ey, Gustav, komm mal einmal zur Seite. Ich wollte gerade sagen, dass ich dem nächsten Zuschauer, der mich trifft, dass ich das, der diese Süßigkeiten-Tüte bekommt. Willst du die haben? Das Ding ist halt nur, mach mal auf, dann siehst du einmal, was da drin ist. Kennst du den Süßigkeiten-Laden, wo ich immer einkaufe? Ja. Ja, ich will nämlich den Alper ein bisschen eifersüchtig machen, dass ich mir einen neuen Süßigkeiten-Laden gesucht habe. Ich nehm mal die eine Sache hier raus, das ist nämlich so Energy. Ja. Aber den Rest kannst du behalten, okay? Dann wünsche ich dir viel Spaß damit, Gustav. Und noch einen schönen Tag, okay? Ey, Kev, jetzt mal ganz ehrlich. Denkst du, ich hab keine Takis? Hä? Zwar sind da jetzt ein, zwei Lücken, aber du weißt ganz genau, ich bin immer einer, ich hab mindestens 14 Sorten Takis immer hier, ja? Weißt du noch, wir essen die, wir haben die immer zusammen gerne gegessen, als wir jünger waren? Du und ich, hm? Erinnerst du dich? Nein, natürlich nicht mehr, weil du anscheinend hier nicht mehr so oft bist, ja? Angeblich. Kev, noch eine Sache. Du weißt, dass ich wahrscheinlich der einzige Candy-Shop in ganz Deutschland bin, der erstens so eine coole Wand hat. Hör auf mit dem ganzen Blödsinn und lass uns endlich Pläsi zocken. Komm her, mein Freund. Benimm dich und komm mit mir wieder zocken. Mach kurz die Cam weg, ich muss dir ein Passwort eintippen. So, Alper, das war's noch lange nicht. Ich bin tatsächlich zum nächsten Süßigkeitenladen gegangen und der ist in unmittelbarer Nähe vom anderen Laden. Und ich sag dir eine Sache, ich übertreib jetzt komplett und zeig dir die nächsten Sachen, die du alle nicht in deinem Süßigkeitenladen hast. Ich bin gerade schon mal einmal reingegangen und zwar sind wir hier schon mal direkt bei der allerersten Sache. Guck dir das mal an. Alper, das ist einfach mal eine richtig krasse Jellybean-Wand. Schau mal, wir haben hier alle Jellybean-Sorten. Die kann man sich so rausnehmen und dann direkt mitnehmen. So was hast du auf jeden Fall schon mal nicht und ich muss dir noch eine Sache zeigen, damit wir einfach mal festhalten können, wie ich mich gerade fühle. So, und übrigens, Freunde, hier an der Stelle, wie gesagt, das ist nicht ernst gemeint. Ich will einfach Alper nur ärgern und dieses Video schicke ich ihm dann gleich rüber, damit er wirklich nochmal komplett ausrastet. Denn, Freunde, passt mal auf, das geht jetzt wieder an Alper. So, Alper, ich habe nämlich jetzt hier noch eine krasse Sache gefunden. So fühle ich mich gerade, wenn ich die ganzen Süßigkeiten in diesem Süßigkeitenladen sehe oder die Jellybean-Wand, die da vorne ist. Und weißt du, wie ich mich gestern gefühlt habe, als du den doofen Prank gemacht hast? So habe ich mich gefühlt, wie dieser K***haufen, nur so rum das Gesicht, dass der traurig ist. Deswegen, Alper, ich nehme den hier schon mal einmal kurz mit, ja, weil sowas hast du nicht. Und ich werde mir jetzt hier auch Jellybeans nochmal mitnehmen, weil das hast du auch nicht. Okay, Alper, und jetzt pass mal auf, was ich jetzt bei der Jellybean-Wand mache. Ich weiß ja ganz genau, dass du die Orangen so gerne magst. Und deswegen tun wir das einmal kurz hier so ran. So, bam, bam, bam. Alper, ich habe jetzt hier einfach mal dreimal Jellybeans-Orange drin. Aber das war es immer noch nicht. Pass mal auf, was ich noch gefunden habe. Und zwar, sowas hast du in deinem Laden auch nicht. Schau mal hier. Einfach mal Süßigkeiten-Mystery-Boxen. Hier sind Sachen im Wert von 65 Euro drin, aber die Boxen kosten nur 55 Euro. Deswegen, Maybrit, ich würde sagen, nimm mal einmal kurz eine davon mit. Alper, guck dir das mal an. House of Sweets, richtig groß, ist so groß wie Maybrit fast. Und auch das nehme ich mit. Deswegen, du musst dich anschneiden, Alper. Ich bin sonst weg. Ich düse sonst hier nach Hamburg und kaufe hier überall meine Süßigkeiten ein. Okay, Freunde, auch der Einkauf wurde getätigt. Und jetzt muss ich nur noch wieder Zuschauer finden. Also, ich werde in Süßigkeiten-Läden übrigens echt häufig erkannt. Und auch... Hallo? Ja? Ey, ich wollte gerade sagen, ich muss noch die Süßigkeitentüte hier verschenken. Darf ich euch filmen? Wollt ihr die haben? Die habe ich gerade frisch gekauft. Oh, geht das? Da ist so eine riesige Überraschungsbox drin und noch so ein paar andere coole Sachen. Ich wünsche euch viel Spaß damit, ja? Okay, ciao. So, und Freunde, eine Sache wollte ich noch erwähnen. Und zwar hat Maybrit noch irgendwas gefunden. Das wollte ich eigentlich gerade im Anschluss machen. Ich zeige euch das nochmal. Und zwar hat Alper das auch nicht. Und das ist wirklich richtig krass. Zeig mal einmal. Schau mal, wie süß. Das hier ist Alper, wenn er deine Videos sieht, die du ihm jetzt schickst. Oh, da wird Alper richtig sauer sein. Schau mal. Und wir machen dir eine Zeit aus. Wir schauen ihn nur so an. Aber du musst ja auch nochmal diesen Mario zeigen. Guck mal. Das stimmt. Also Freunde, ich weiß nicht so ganz genau, was da drin ist. Aber die Sachen sehen auch ultra geil aus. Die Sterne sind halt so süß. Und auch das hat Alper nicht. Das heißt, da schicke ich ihm jetzt auch nochmal ein Video von. So, Alper, guck mal. Das alles hier hast du auch nicht. Ich frage mich, Alper, warum hast du das denn nicht? Guck mal. Das bist du jetzt gerade, weil du wahrscheinlich ganz doll sauer bist, dass ich hier in einem anderen Süßigkeitenladen bin. Aber ich sagte ganz ehrlich, das ist mir egal. Alper, ist mir egal. Wenn du so machst, mache ich so. Weißt du was, Kev? Ist mir Latte. Ist mir Latte. Ist mir sowas von Latte. Mann, was denn das für coole Augen, Mann. Hypnotize Eyes. Wow. Kev, ist mir egal. Hier, nimm den Augen mit. Das nächste Mal, wenn du kommst, kriegst du auf jeden Fall erstmal einen Spritzer. Was ich dir sagen wollte. Ist es mir Latte? Der Klügere gibt nach. Mach doch, was du willst. Geh hin, wo du willst. Sei mit wem du willst. In welchem Lager du willst. Das ist mir sowas von Latte. Aber du wirst sehen. Du wirst sehen, mein Freund. So, Alper. Und deswegen habe ich mir einfach mal gedacht, gehe ich mal hier zum größten Süßigkeitenladen in Hamburg. Der fast doppelt so groß ist wie dein Laden. Und zwar mega lecker. Und jetzt kommen wir zu einer Sache. Alper, du weißt, ich habe die ganze Zeit zu dir gesagt, ich möchte unbedingt diese eine Sorte Lucky Charms. Und genau die haben wir natürlich hier gefunden. Lucky Charms, S'mores. Die sind richtig krass. Da habe ich schon sau oft TikToks zugesehen. Aber das ist noch nicht alles. Und es gibt noch eine Sache, wo ich wirklich sauer bin. Und Alper, da bringst du mich jetzt sogar zur Weißglut. Warum hast du sowas hier nicht? Das sind Takims. Das ist quasi wie Takis. Und das sind so geröstete Nüsse. Und sowas. Die sehen ja cool aus. Ich wollte gerade sagen. Und sowas hast du auch nicht. Und ich muss dir noch eine Sache zeigen. Alper, ich weiß nicht, wie das mit uns hier weitergehen soll. Guck dir das hier mal an. Pringles aus Japan. Super hot. Die sind angeblich noch viel schärfer als Takis Nitro. Sollen angeblich so hot sein wie der Hotchip. Deswegen auch die nehmen wir natürlich mit. Weil wir machen natürlich auch hier wieder einen wunderschönen Einkauf. Vielleicht, weißt du was, Malbritz? Vielleicht behalten wir sogar die Sachen dieses Mal. Ja? Und Alper wirklich ein bisschen eifersüchtig zu machen. Ich zeig dir auch nochmal etwas hinten. Was ich auch ziemlich sicher sagen kann, dass du das nicht hast. Und das habe ich mir auch schon die ganze Zeit gewünscht. Alper, das sind diese Dinger hier. Freunde, ihr kennt die. Die packt man quasi im Mund und macht dann so. Und dann explodieren die und die sind richtig geil. Auch die nehmen wir natürlich mit. Du hast ja immer zu mir gesagt, Kev, die Superheldenwand, das ist dein Vorzeigeding. Aber eine Sache, die du nicht hast, und da bin ich auch wirklich extrem sauer, das ist die Smileywand. Und weißt du, wie ich gerade drauf bin? Ich bin so drauf. Ich bin extrem sauer. Genauso sauer wahrscheinlich wie du. Aber, ne, ich bin mal gespannt wieder auf deine Antwort. Und weißt du, wie du gleich schauen wirst? Du wirst so schauen, weil du total erschrocken bist, was ich dir hier wieder zuschicke. Und Alper, du hast es zwar schon angekündigt, dass du im Sommer irgendwie auch so Ice Cream Rolls oder sowas bei dir verkaufen möchtest. Aber, auch das habe ich dir schon gesagt, ich liebe die Milchshakes hier von Maccas oder sowas. Und ich habe dir gesagt, es wird Zeit, dass du diese Milchshakes in deinen Laden reinbringst, weil die sind einfach zu machen. Schmecken extrem, oh, lecker. Die Kekse. Die Kekse sind runtergefallen, weil ich hier schon so viel eingekauft habe. Alper, kannst du dich daran erinnern, wann wir das letzte Mal so viel bei dir eingekauft haben? Ich würde sagen, wir gehen einmal kurz zur Kasse und dann kriegst du nochmal einen persönlichen Gruß von mir. So, Freunde, ich habe jetzt hier die Tüte und ich suche wieder einen Zuschauer. Willst du dich, Kevin? Ja. Ja, ey, das ist, also wirklich, Freunde, ihr habt es ja gesehen, jedes Mal, ich gebe dir schon mal die Tüte in die Hand. Ich muss wieder eine Tüte an den Zuschauer verschenken. Möchtest du die haben? Da sind so richtig geile Sachen, da ist so Milchshakes drin, so Lucky Charms. Magst du solche Sachen? Ja. Ja? Hast du früher meine Brawl Stars Videos geguckt? Ja, kannst du noch meinen kleinen Bruder grüßen? Ja, wie heißt der denn? Levi. Levi, ey, Levi, ganz viele Grüße an dich, schade, dass du jetzt gerade nicht hier bist. Aber ich sage jetzt mal so als Auftrag, deinem Bruder muss dir davon was abgeben. Also bitte teilen, ja? Ja. Okay, also Freunde, wir gehen weiter und ich schicke jetzt Alper das Video. Ich bin gespannt auf seine Antwort. Kev, du Eierkopf, bevor ich dir jetzt was sage, ja, möchte ich ganz kurz was loswerden. An der Stelle liebe, liebe Grüße nach Hamburg an die Jungs, an die ganzen Süßigkeitenhändler dort. Ihr habt tolle Läden, Leute, muss ich ehrlich sagen. Coole Produkte. Wenn ihr mir gerne etwas anbieten möchtet über Candy Palace, dürft ihr das gerne machen. Beschreibung steht unten. Und sorry, dass ich diesen Eierkopf nicht an der Leine hatte. Ja? Aber dem werde ich noch Manieren beibringen, diesem Eierkopf. Du, mein Freund, hast jetzt ein richtiges Problem, okay?